In diesem Haarstudio kümmert man sich ganzheitlich um das Wohlergehen der Kunden. Heute werden sie mit esoterischen Kraftfeldmassagen verwöhnt. Und diese Aufgabe nimmt der Weltklasse-Zauberer Peter Marve in die Hand. Ich bin der Maurice. Maurice, hallo. Masseur, spezialisiert auf Handmassage. Handmassage? Genau. Okay. Entspannen Sie sich. Und jetzt bitte die Augen zumachen. Leiten Sie die ganze Konzentration auf die Hand. Wie fühlen Sie sich? Entspannt. Können Sie das in einem Ton ausdrücken? Das ist wunderbar. Ganz ruhig atmen. Und entspannen. Entschuldigung. Ja, hallo. Ja. Du, ich kann jetzt nicht. Hallo? Ich bin gerade in einer Massage. Ich bin gerade in einer Schwer-Hung-Lagie. Oh Gott. Ähm, kommen Sie mich später anrufen. Oh Gott. Okay, ich gehe zurück. Komm, Sie bitte wieder zurück. Okay, tschüss. Oh Gott. Bitte wieder zurückkommen. Ich löse mich jetzt. Es geht nicht mehr. Entschuldigung. Komm, hi. Wieso halten Sie mich so fest? Wieso machen Sie das? Ich habe nichts gemacht. Mein Arm ist da. Versuchen Sie sich mehr zu entspannen und drücken Sie nochmals fest zu. Und wie fühlen Sie sich? Ach, scheiße. Ach du meine Güte, was ist das? Ach, was machen Sie sich? Wo sind Sie denn? Scheiße. Ich bin ganzen Haaren. Ich weiss, scheiße. Ach du meine Güte, ich habe es gespürt, dass da irgendwas ist. Ich habe gerne... Bitte, 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 jemanden auf. Moment, Moment. Erklären Sie mir, was das jetzt ist, bitte. Machen Sie doch die Augen auf. Nein, kann ich nicht. Das ist doch Wahnsinn. Das sind Augen. Scheiße, was ist das? Versuchen Sie es einfach. Oh mein Gott. Ach du scheiße. Das ist alles okay. Ach du meine Scheiße. Was ist denn das? Machen Sie die Augen ein. Ach du scheiße, was ist das? Das ist alles okay. Ach du scheiße. Bleiben Sie ganz ruhig. Ich muss schnell was holen. Einen Moment. Ganz ruhig bleiben. Ich glaube, ich habe so etwas jetzt gebraucht, dass ich mal so... Sie waren so in meiner Nähe, der Turm war so in meiner Nähe. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. War ich das? Das waren Sie, natürlich. Sie waren da und dann irgendwann waren Sie dann hier und da habe ich es gespürt. Das haben Sie sich so vorgestellt. Wie? Sie waren doch hier jetzt eben. Eine Illusion, ja? Mach du scheiße. Was haben Sie da gemacht? Die Hand hat mich noch fest. Ich konnte die Hand nicht mal wegziehen. Oh mein Gott. Entschuldigung. Nein. Einen Moment. Nein. Ja, hallo. Hallo. Gut, danke. Wie kommt es, dass ich meine Hand nicht wegziehen kann? Das ist die Energie. Wie? Oh mein Gott. Könnte man das lernen? Ja, klar. Verstehen Sie Spaß? Ja, natürlich. Verstehe ich Spaß. Willkommen in der Fernsehsendung. Oh Mann. Verstehen Sie Spaß? Dankeschön.